Hallo, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful World Baptistenkirche in Tempe, Arizona. Heute möchte ich über Offenbarung 2, 9 reden. Im letzten Video sahen wir, in Römer 2, 28 und 29, dass der kein Jude ist, der es äußerlich ist. Das sagt die Bibel. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir Offenbarung 2, 9 lesen. Die Bibel sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Nun, in Römer 2, 28 sagt er, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Das heißt, wenn Gott heute auf die Menschen schaut, welche sich selbst Juden nennen, und er sagt, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben, in Philippa 3, 3, dann sind sie nicht im Herzen beschnitten, sie sind keine Juden im Herzen, sie sind äußerlich Jude, aber Gott erkennt sie nicht als solche an. So, deshalb spricht er in Offenbarung Kapitel 2, Vers 9 über Menschen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. So, wenn die Juden heute sagen, wir sind Juden, Gott sagt, sie lügen, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Nun, es gab eine Menge Menschen über die Jahre, welche darüber sprachen, wer die Synagoge Satans repräsentiert, als ob es darüber irgendeine Frage gäbe, als ob es irgendein Geheimnis darüber gäbe. Es gibt nur eine Religion in der Welt, die Synagogen hat. Das ist das Judentum. So, wenn Gott von der Synagoge Satans spricht, ist klar, wovon er spricht. Nebenbei, das sind die einzigen Menschen, die umherlaufen und sagen, wir sind Juden, obwohl Gott wirklich sagt, sie sind keine, weil sie nicht an Christus glauben. So, es ist ziemlich eindeutig, speziell, wenn man den Kontext aus dem nächsten Vers erhält. Denn gleich danach sagt er, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. In Vers 10 sagt er, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Warum sollte Gott direkt, nachdem er von der Blasphemie der Synagoge Satans sprach, geradewegs in einen Vers übergehen, wo Christen verfolgt werden. Das ist, weil wenn man die Apostelgeschichte liest, waren die Juden immer diejenigen, die die Christen verfolgten. Tatsächlich, wenn man die ganze Apostelgeschichte liest, wird man nicht einmal lesen, dass die Römer die Christen verfolgten in der Geschichte. Aber immer wieder und wieder sind es die Juden, die Christen verfolgten, in fast jedem einzelnen Kapitel. Darum assoziiert er sie mit der Synagoge Satans, die, welche sagen, sie sind Juden und sind es nicht, mit der Verfolgung von Gläubigen. Denn sie waren es, die es taten zu der Zeit. Es gibt keinen Zweifel daran. Judentum heute ist die Synagoge Satans. Die Synagoge Satans